ARD Text im Auftrag von Funk Keiner will... Keiner will einen Grillcreeper sehen Alle wollen einen sehen Nein Rudolf Nein! Nochmal was zur... Ich lauf... Ich hab... Ich hab auch... Diese dumme Angewohnheit Immer in diese blöden Skelette reinzulaufen Ich hab einen Tipp. Lauf nicht in die Skelette rein Hab ich noch nicht... Hab ich noch nicht... Äh... gedacht Also er hat noch nicht dran gedacht Das ist nichts zu tun Oh mein Gott Also... Oh mein Gott, das sind noch mehr Hä? Wie hat er mich getroffen? Alter, es hat grad geleckt Ach man Durch den Leck hat mich das Ruderskelett getroffen Und... Jetzt stirbst du? Naja, ich esse jetzt erstmal was Es sind noch mal drei Stück hier Oh mein Gott, ich hab den dabei Ja, herzlichen Glückwunsch Den ersten Juhu Yay Antiker Schrott Eigentlich bin ich der antike Schrott hier, aber okay Das stimmt Hat der antike Schrott mich gefunden Der Spaß meines Lebens Ja, dem fühl ich zu Vor allem hier ist alles voller Basalt, aber das sollte ja eigentlich den Spawn von Netherite nicht stören Aha, da ist es Haha Sehr geil Frage beantwortet damit Zwei Elemente Ähm... Wie viel hat man noch mal gebraucht für Äh... Ehh... 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 Ich hab grad einen Baum abgebaut Nein... Ehh... 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 denn ich muss raus dafür ich habe jetzt ungewollt holz gefahren danke dafür ein großes fenster ich erkennt ob die fall jetzt noch größer jetzt auch mein gott bist du riesig man bist du wie sich so stelle ich noch mal dahin ja krass man sieht durch jedes detail vom brot und alle meine immerhin sind jetzt aufgebaut und der effekt ist verschwunden all das jetzt teuer geworden wieder aber hey es hat wenigstens funktioniert wir haben eine halbe doppelkiste voller stuff bekommen von den villagers dazu richtig viele bücher ich habe jetzt viereinhalb stacks an emeralds ist toll und in meiner base sind auch noch mal fünf darauf erst mal jetzt ein paar goldene karotten 36 sollten reichen jetzt habe ich wieder 54 ach da sind sie ja ach meine treuen freunde wir uns mal hier tun hier ist eine weg mit dir und es hat alle pillager nummer zwei was geht ab und weg mit dir und weg mit dir auch es ist über nein wo ist der banner hin ich war doch nicht mal weit was soll der scheiß denn gut dann spielen wir jetzt red ich hoffe nicht ob bitte digga wenn sie jetzt ich hoffe es ist born nicht im park meinst du die spawnen unten nein da sind sie oh mein gott sie werden außerhalb gespawnt das ist so gut gut dann spielen wir unseren ersten raid auf dem java version wenn ich den zettel dann und ich habe das banner bekommen super oh mein gott dann werden die dings sehr günstiger ne ach stimmt so by the way hilfst du mir denn überhaupt dann oder ach ich muss eben mein inventar der räumen weil ich war gerade dabei nicht hätte spawnen oh bitte ich hoffe einfach nicht dass jetzt unten in den villager das spawnt das kann nicht passieren das passiert nicht das ist gut das magier nein das ist ein diener kein magier den muss ich aufpassen die magier spawnen noch lange nicht ich muss auf den diener aufpassen ok ich habe ihn getötet oh gott da ist noch einer nein pass auf den diener auf warum ist der auch gott dankeschön und das lächst mich auch den effekt ist egal wie dürfen wir uns nicht hier links befinden jetzt schlagt er noch nicht weg der sorry haben wir glaube hier auf dem villager mit den firmen nein ja ich glaube auch da ist die hexe warum ist der denn jetzt auf mich nein oh gott erzählt mir trotzdem fast zwei herzen ab und ich bin die hexe ja macht das bitte ich habe ich kann mich nicht ist abgehört ja ich habe die religion also wir haben nur für zehn minuten zu wissen aber ich habe eigentlich habe ich habe jetzt kommen die jetzt müssten glaube ich die dings kommen ich glaube auch nur von wo wenn sie bei den militern spawnen würde ich sterben jetzt dann hasse ich mich für das ende meines lebens das gute ist durch die grenze und ich bin ich ja was auf den dien auf bitte ich bin auch die hexen müssen wir jetzt nur das nicht getroffen sorry wollte ich nicht ja heilen und jetzt auf die hexen habe ich aber ich glaube die andere das muss ich das nicht gerne mit dem nice uppig nice much dann haben wir unseren highlight ja sonst kommt definitiv ins ferio ja so kurz durchschnaufen da kommen sie zwei magier oder nur einer jetzt hast du ja das tote nein nein bitte nicht denn ich bin ich bin ich danke nein das sind das du denkst sprinte denn ich mein gott oder kurschen einfach ich wurde mit der generation abgeworfen ja weil ich beim villager stand jetzt habe ich floh das oh nein die öfter sind scheiße ich habe die knarre es kommt noch mehr da wo sind denn noch die anderen beiden du hast auch die mini mit nach hinten im wald also gibt es noch ein bist du ich sehe ich sehe dich nicht hilfe ich bin gerade bei der bahn ach da bist du auch den red of fuck nein sie ist auf mich fixiert auch mal auch du hund hast du genau das totem aufgesehen es wäre egal wir haben es geschafft nice aloof b b b b b b b b Bis zum nächsten Mal.